Hallo und herzlich willkommen zurück zu Faktorio. So, jetzt wollen wir langsam gucken, dass das hier alles anläuft. Metall. Metall. Bisschen. Gib mir mal her hier. Das habe ich gemacht. Ach, das sehe ich jetzt nicht. Müssen wir schauen, ob das alles reicht. Ich will dann auf jeden Fall die roten Fläschchen automatisieren. Das bleibt auch noch. Das scheint auch noch zu reichen. Ach, klar. So. Da haben wir das schon mal. Als nächstes werde ich das hier. Oh, jetzt gleich Fläschchen. Da brauche ich mal ein paar. Der Rest davon. Kohle scheint zu reichen. Gut, hier muss ich noch, äh, ein bisschen, äh, hier muss ich noch zusehen, dass ich da alles unter Strom setze. Äh, Stein habe ich noch genug. Was ist da drinne? Das passt. Das passt. Jetzt, ähm. Ich brauche noch mal zehn Flaschen. Wie viel brauche ich denn das? Zehn Flaschen oder was? Kann ich auch noch mal so. Und dann. Das hier in Ruhe arbeiten. Muss ich da wenigstens nichts mehr machen. Äh, vielleicht noch ein paar Öfen vielleicht noch, oder? Ach, weiß ich auch nicht. Ich könnte ja auf der Seite noch Öfen machen. Ja, cool, ich bin dabei. Ähm. Du kannst schon mal anfangen. So. Was ich machen werde, ist hier irgendwo die Forschung hin. Die würde ich gerne hierhin haben. Ich brauche noch mal fünf zusammen. Kannst du nur erforschen. Das brauche ich. Davon nehme ich noch ein paar. Diese Scheiße kann erstmal weg. Da kann ich noch ein paar verbauen. Ja. Jetzt ist das Kopf. Gleich mal weich. Kopf haben. Zahnräder und. Reisenplatten. Zehn Stück. Zahnräder. So. So. Wenn ich das irgendwo hier baue. Ja, baue ich das hier. Da brauche ich genug Platz für mich. Ich brauche ich da an. Zwei. Drei. So. Jetzt will ich mal gucken. Okay. Ähm. Sieben Fläschchen. Sieben Fläschchen. Ähm. dann. Ja. Warte mal kurz. Da passen zwei auf. Zwei. Vier. Einen. Sechs. Então. Dann kommt hier nämlich noch. später siebte mit drauf wie weit ich das auseinander machen in der mitte will ich so ein kleines rondell haben das läuft hier einmal rum immer so ein kreis mit ein bisschen platz auf jeden fall dass so das brauche ich auf jeden fall als nächstes geforscht muss noch mehr bauen wir baue ich so 15 pro seite es werden 30 forschungen das reicht erst mal 30 forschungen ja eins noch so da haben wir es mal eine seite dann fertig gut der kann erst mal stehen bleiben ach scheiß drauf komm her hilft nix das hilft alles nix das ist das ist das ist Ich werde den nochmal weg. ich werde ihn gleich damit drauflaufen lassen Quatsch nicht doch 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 für die rote flasche ich mache extra eine produktionslinie fertig für die roten flaschen dass die nicht mit den anderen tages ablauf sei jetzt mal dazu die sachen weg ganz weg von hier strom rüber kriege passt erst mal gerade linie habe schon scheiße das passt der rote haken noch an schön aber es reicht erst mal so hier ist kommt fünfzehn hin und da denn fünfzehn soll das passen dann werde ich gleich gucken dass ich die roten flaschen endlich zusammenkriege montage maschine habe ich schon jetzt für doch gleich da werden das zusammenbaut kann schon heißen besorgen da da hängt er fest gibt mir alles her was ihr habt so das förderband habe ich noch das können wir mit unten hin davon alle schon mal hier alles von haben haben davon nochmal ein paar kann ich immer mal gebrauchen davon auch so davon erstmal einige produktionslinien machen dann dann das kann ich so viel wie möglich ausnutze 1 2 3 4 also das sollte reichen wenn das läuft hier zwei fläschchen grün und rot so hier werden die gebrannt und so weiter zur montage so können die öfen ich glaube ich noch welche bauen gleich acht acht reichen glaube ich nicht glaube ich nicht 2 4 erst mal erst mal 8 ähm ich darf noch mal ein paar ach das dauert noch eine weile bis ich alles gebaut habe das läuft schon mal das läuft schon mal hier gleich so wird das gleich geforscht kann ich in den tunnel machen und das geht da rüber mit rein so bischof voller werden hier die kisten so einen noch dann könnte ich die andere seite auch schon mal aber hm gucken dass ich das hier ankriege ähm da ja das dauert eine weile gut ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten folge faktorio ich lasse es beim zu lange zu ende bauen und ähm wenn es gleich zu ende ist sehen wir uns wieder bis dann tschüss bis her